Ich habe jemanden 100 Euro gegeben, damit er mir neun verschiedene verbotene Wasserrutschen baut. Unser Ziel ist es heute, alle zu überleben. Können wir es schaffen? Wuuuuhuuu, Alter! Hier ist ne Wasserrutsche, Mökan, aber... Bro, da ähm... ...haben kein Wasser. Oh, das war mir irgendwie ein bisschen langweilig, Mökan. Ja? Ich habe jemanden 100 Euro gegeben, damit er uns neun verbotene Wasserrutschen baut. Und die werden wir jetzt heute runterrutschen. Lass mal in die Eins gehen. Ich komme! Hey, was war... Alter, das ist gar keine Wasserrutsche. So, ich bin wieder oben. Wir müssen nämlich hier oben hochgehen. Oh, was? Du darfst zuerst vorgehen, ne? Ich soll vorgehen? Du hast die Ehre, gleich als erstes... Einfach hochlaufen? Genau, einfach hochlaufen. Als erstes rutschen zu dürfen. Hey! Da war eine Lücke, das kann doch nicht sein, Alter! Ich bin normal drüber gelaufen. Ich bin hier total ein Propeller jetzt geworden. Jetzt diesmal vorsichtig. Ich falle nicht runter. Oh! Ich falle nicht runter. Ja, der hat anscheinend uns... Geht das jetzt vor? Ja, der trollt uns jetzt anscheinend ja auch, ne? Okay, dann gehe ich vor. Vorsicht, nee. Das sah gerade wieder so aus. Ich gucke auch diesmal, ob hier irgendwas ist, aber ich glaube nicht. Und die sieht auf jeden Fall schon mal echt krass aus. Ich frage mich, was glaubst du, warum die verboten sind? Ich glaube, die sind einfach viel zu krass. Ja, das glaube ich auch. Wo springt man da hin? Ja, hier, diesmal bin ich rüber gesprungen. Diesmal habe ich es geschafft. So, diesmal schaffst du es. Ja! Oh Gott, oh Gott, okay. Oh no, ich dachte, du rutschst schon direkt. So, und... Waren wir sicher, dass wir das machen sollen? Oh mein Gott, die warnen uns ja mehrfach, ne? Nicht betreten, denn die andere Rutsche steht da. Weißt du was? Ja. Irgendwie zieht es mich zu der Linken. Ja, mich auch. Deswegen, komm, lass mal rüberklettern. Okay, warte, warte, warte. Okay. Oh, 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 oh Gott. Bro. Hey. Oh mein Gott. Ey. Geh mal weg. Ich rutsch wie... Geh mal weg von mir. Du bist so jemand, der wie in den Rücken reinrutscht. Ey, ich wollte gerade sagen. Ja, ja, das... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, ganz, ganz vorsichtig, Kollege. Ja, wo geht die jetzt hin? Die soll verboten sein. Hey, nein. Bro, das... Ähm... Ich weiß... Alter, ich halte einmal eine Banane fest, als wäre das irgendwas krasses. Au. Okay. Weißt du, warum wir die Rechte nehmen sollten? Ja, ich glaube, wir müssen nochmal hoch und die Rechte nehmen. Ich wäre auch für die Rechte. Bro. Hast du auf jeden Fall recht. Dann komm. Komm, wir gehen auf drei rein. Eins, zwei, drei. Oh, du bist am Fall mit deinem Knie in mein Gesicht. Bro, Alter, ich bin richtig schnell. Du bist echt richtig schnell. Yo. Was, yo, fliegst du? Oh mein Gott, bitte, bitte. Ich komm hinterher. Oh nein. Es sieht gut aus bei mir. Es sieht... Oh, ich bin... Bei mir sieht es gut aus, glaube ich. Bei mir sieht es gut aus. Oh, babe. Ich bin genau rein. Ich bin genau... Wo bist du gelandet? Ich bin direkt hier neben gelandet. Aua. Oh no. Oh, dann lass mal jetzt wieder hochgehen. Oh no. Zum nächsten, okay. Okay, zu Nummer zwei. Ab geht's auf jeden Fall hier in die zweite. Guck mal, wir haben noch einfach sieben Stück danach vor uns. Alter, das ist so krass, ne? Komm, wir gehen einfach rein, Digga. Und das Ding ist... Oh no. Das Ding ist, die werden halt auch immer heftiger. Oh no. Was? Ich will dich ja nicht beunruhigen. Hier steht aber... Red Hill Snakes? Schlangen, ja. Aha. Was glaubst du, ich glaub, diesmal lassen wir uns ja nicht prank von der Linken, oder? Oder denkst du, das ist diesmal fake? Ich glaub, guck mal, das Ding... Ich weiß nicht, ob das so eine Psychospielchen macht. Aber ich komm, lass einfach rechts gehen, Digga. Ja, komm, lass uns... Wenn wir hier durchgehen können, die probieren alles, um das zu verhindern. Hier, guck das an. Ja, okay. Oh no, 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 warte, warte, warte. Oh no, 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 no... Was? Ich komm nach, ich komm direkt nach. Schnell, komm hinterher. Ich bin hier nämlich gerade schon in der... Ey, mein Gesicht, ne? Oh, wie? Ich geh hinterher. Ich bin in der Luft. Wie? Ich bin in der Luft. Oh my God, das ist der Pool. Das war die richtige. Diesmal... Ey, ich bin wieder nicht in den Pool rein. Das kann doch nicht sein. Bro, ich flieg. Wo bist du denn? Oh my God. Ah, ich seh dich. Über dir. Ich seh dich. Was? Hä? Perfekt. Perfekt. Ich glaube, ich muss die Banane mal aus der Hand nehmen. Ich bin nicht der Einzige, der es hier anscheinend nicht geschafft hat, ne? Alter, hier liegen ja überall welche, sogar die. Ab geht's auf jeden Fall in die Nummer 3. Geh mal vor, geh mal vor, ich bin gespannt. Ich geh vor und ich sag dem Schein. Und, was ist das für ein Ding? Hier ist einfach so eine riesen Holzbox. Wie Holzbox? Ich bin gefangen in einer Holzbox. Hast du recht? Hä, okay, also warte mal. Die probieren anscheinend uns immer und immer döller. Ach so, oh. Guck mal, wir haben sogar einen Zaun. Das heißt, sie wollen gar nicht, dass wir die Wasserrutsche rutschen, ne? Ja, 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 ja. Du gehst vor. Wie machen wir am besten jetzt hier den Zaun auf? Und das ganze Ding, weil ich glaube, können wir hier durchgehen? Ja, doch, wir können durchgehen. Bro, wollen wir? Sicher? Ja, warte, ich glaube, können wir hochklettern? So, Bro, ey, lass rüber. Lass mal hochklettern hier mit dem Ding. Vorsicht, 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 Vorsicht. Oh, nein. Nein, er klettert zurück. Wo bist du? Ich bin hier unten. Warte, ich bin, ich gehe die linke Rutsche. Ich gehe die linke Rutsche. Oh, ey, die hat sogar Wasser. Ich glaube, die ist richtig. Die hat Wasser, Wasser drin hier. Oh, ey. Ey, die war auf jeden Fall nicht, aua, die war nicht richtig. Weißt du, links war auf jeden Fall nicht richtig, dann lass mal. Ich vertraue dir da nicht. Ich gehe jetzt. Hey, aua, nein, ey. Alter, du bist ja voll im Weh. Nein, 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 wir gehen durchs Loch durch. Wir gehen durchs Loch. Oh mein Gott. Ich bin auf jeden Fall daneben. Ja, ich bin im Wasser gelandet. Wie, echt? Ja, ja, ich habe die dritte Rutsche anscheinend gerade geschafft. Da kommst du durchs Loch. Oh, wow. Was? Krank, krank, krank. Wo bist du, Mökhan? Oh, ich dachte gerade schon, du ertrinkst dir. Alter, wo kommst du denn her? Das waren mir alles ein bisschen zu viel. Ich glaube auch. Okay, dann ich gehe mal vor in den vierten. Sag mir, wie ist es? Wie ist es? Wir sind auf Mount Chiliad, komm mal. Oh, hier. Was? Okay, warte, dann gehen wir vorsichtig hier rüber. Ey, das konnte ich noch nie, ne? Ey, die wollen uns hier wirklich alles. Die tun alles, damit wir nicht diese verbotenen Wasserrutschen runterrutschen. So, komm mal. Ich komm, ich komm, ich komm. Sehr gut. Und dann müssen wir... Oh, das ist, komm mal, wie weit oben. Das ist echt krass. Wo gehen wir überhaupt hin danach? Ich weiß es nicht. Komm mit. Oh mein Gott, wir springen quasi von einer Wasserrutsche zu der nächsten. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Bro. Ich habe es geschafft. Ich auch, ich auch. Du auch, du auch, sogar mit Sandalen. Schau mal, du stolperst hier runter. Ja, und warte, ist hier denn sogar noch eine, ne? Alter. Bro. Das wird echt... Machst du? Ich bin aber, ich bin aber King. Was so die Treppen angeht, ich bin auch schon die höchste Treppe gestiegen. So, was glaubst du, welche ist richtig? Links oder rechts? Ich glaube... Boah, wie kommt man denn auf die Linke? Das ist so ein Trickshot mäßig, ne? Das Ding ist eben... Also, wir hatten auch, glaube ich, eigentlich links... Warte, können wir auf die Linke? Was recht? Weiß es gar nicht, vielleicht ist sie einfach nur so... Oh! Das war falsch. Das war falsch. Bro, komm hoch. Boah, soll ich bitte wissen, dass links unmöglich ist, hinzuspringen? So, ich... 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 Ich nehme die rechte einfach. Komm, ich nehme auf die rechte. Komm. YOLO! Let's go! Alter! Oh mein Gott, ich bin... Oh nein, wo geht die hin? Nein, 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 nein. Das ist, glaube ich, da nicht gut. Ich fliege genau... Oh mein Gott! Ich fliege genau... Ah, ei, aua! Was? Ich habe dich gerade voll berührt und wir fliegen jetzt hier ins Wasserbecken. Wow! Wow! Ich bin... Ich bin daneben. Wo bist du? Ey, da bist du doch! Ich bin daneben runtergeflogen. Ich bin einfach... Bei mir liegst du hier. Ähm... Was? Ja! Ich lieg hier unten am Busch. Du stehst auf! Hä? Was? Ne, jetzt bist du weg. Oh nein. Ich seh dich! Bro, ich komm! Ich seh dich, du kommst! Alter! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Du fliegst ja fast zu weit! Alter Schwede, da war ich kurz wieder tauchen. Ey, ohne Spaß. Aber wir brauchen schon mal die nächste Wasserrutsche gemeistert. Pass auf, das Ding ist, wir haben jetzt hier gerade den Mittelpunkt, ne? Links vier und noch rechts vier. Und wir gehen jetzt in die fünf rein. Bist du bereit? Ich geh als erstes rein und berichte dir. Okay. Oh. 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 Oh nein. Das ist jetzt ganz... Oh, jetzt ist eine ganz, ganz schwierige Entscheidung. Warte, man sieht hier ein bisschen was. Wo sieht man was? Äh, ein bisschen. Äh, beide sehen doch gut aus. Ja, stimmt. Okay, warte. Dann, äh, gehen wir links oder gehen wir rechts? Sagen wir gehen rechts, oder? Ja, okay. Jetzt fliegt man viel, viel weiter. Let's go! Oh mein Gott! Bro! Warte, ich komm, ich komm! Oha, ist sie gut aus? Ich bin auf dem Weg mit meiner Banane. Oh, weee! Oh, wo bist du? Ähm, ich glaub, Bro. Du bist im Weg! Ah! Hey! Das war ein Schuss in den Ofen. Aua! Ja, ich glaube, wir müssen die Linke nehmen. Ähm, ja. Das ist gar nicht gut. So, einfach rein, Alter. Geil. Oh! Ich bin zurückgeflogen. Das war irgendein Windstoß. Bro, ich bin auf jeden Fall drin. Okay. Ich bin jetzt auch drin. Oh, ich bin fast raus. Ey, in der Kurve steckt du fast raus, ne? Ich rutsche. Echt, ehrlich? Ich hab mich extra auf den Rücken gelegt. Der bin nicht so schnell. Oh, ich bin auf dem Bauch. Vorsichtig. Wie Superman. Vorsichtig. Wie Superman. Achtung. Ey, meiner ist voll langsam, Alter. Der ist voll langsam. Hier. Oh mein Gott. Und ich bin im Wasser. Achtung, Birka, lass den Weg. Oh! Oh, war das knapp. Okay, das war anscheinend... Links war diesmal richtig, Leute. Yes. Ey, ich muss ja sagen... Junge, nur wegen dir. Aua, hör mal auf jetzt hier. Das ist schon... Junge. Ich fliege hier die ganze Zeit nicht mehr ins Wasser. Das tut schon weh. Ja, du hast es echt nicht drauf. Dann wollen wir jetzt in den sechsten rein. Ich will hier die Wasserrutschen nicht mehr weit machen. Aber wenn jetzt die Leute einen Like da lassen, dann mache ich das, okay? Also lasst einen Like da. Ab geht es jetzt hier ins sechste. Der kommt mir doch gar nicht durch, Bro. Jo, was? Ey. Ich kann dir einen Hotdog essen. Ich kann mir jetzt erstmal einen Hotdog. Gib mir mal einen Hotdog weg. Was ist in der Kiste drin? Was glaubst du, dass hier eine Kiste drin ist? So. Oh, das ist aber kein Hotdog, ne? Nee, der hat auch Burger. Ich bin ja der Burger-Esser. Das ist aber lecker. Warte mal, ich guck mal, was hat der noch so hier? Ich guck mal eben. Guck mal nach. Ich war gar nicht so hungrig. Ich hab mir jetzt einfach was zu trinken geholt. Hä? Das ist sportlich. Einfach mit einem Wasser. Ich geh jetzt mit einem Burger einfach runter. Immer Wasser trinken, ne? Immer ganz wichtig. So. Dann hast du aufgegessen? Weil ich hab ausgetrunken. Ich bin direkt zu dick geworden dafür. Nein, du bist zu dick geworden. Ich weiß nicht, wo ich komme. Lass mal hier den dünnen nach vorne hier. Den dünnen Franklin. Mit Anlauf. Oh. Als ob. Ich hab's geschafft. Ich mach's. Au, au, au. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bist du durchgekommen? Doch, ich bin durch. Ja? Komm mal mit meinem Burger. Stimmt. Aber wir müssen noch nicht ganz durch. Okay, komm. Bist du bereit, die Wasserrutsche runterzurutschen? Wir auf drei. Oder warte, dann müssen wir vielleicht die Linke nehmen. Ich nehm die Linke. Doch nicht. Hey, Bro. Hey. Ja, let's go. Alter, was fliegst du denn ab? Mir passiert hier irgendwas. Au, au, au. Oh. Au. Au, au, au. Das hat wehgetan. Ey, das hat richtig wehgetan. Aber warte mal. Wäre die Linke vielleicht richtig gewesen? Warte mal. Ey, wie hast du das da oben hingeschafft, Alter? Bro, einfach hochklettern über die Boxen da. Okay, okay. Warte, warte. Ich probier's auch mal. Ah, dann können wir so rüber gehen quasi, ne? Und dann zur Linken. Oh, woher machst du das? Oh. Oh. Oh, let's go. Ich bin der Linken drin. Ich komm auch mit direkt runter. Bist du hinter mir? Wo bist du denn? Ich bin direkt rausgeflogen. Alter. Oh mein Gott, ich war ein Trickshot. Was? Wo bist du denn? Ich bin unten drin. Wie, du bist unten drin? Ist es die richtige Rutsche gewesen? Alter, ich bin gegen Vogelgegen. Was? Ey. Das hättest du mir doch sagen können, dass sie falsch ist. Nö. Na gut, dann müssen wir uns schon direkt zur nächsten gehen. Na, traust du dich in die siebte reinzugehen? Bro, guck mal, es ist meine Glückszahl, ja? Deswegen wird das endlich mal vielleicht irgendwie so ein Burger... Oh, nö. Oh, ich bin gespannt und... Oh, Mann. Ich möchte keine Rutsche mehr rutschen. Nein, Alter. Welche gehen wir jetzt? Links oder rechts? Pass auf, ich hab jetzt eine Idee. Da unten ist ein Loch. Schere, Stein, Papier. Und du schreibst jetzt in den Chat gleich rein, ob Schere, Stein oder Papier. So, bist du bereit? Schere, Stein, Papier. Papier. Nein. Schere, Stein, Papier. Papier. Ja. Warte. Was hat er gewonnen? Stein gegen Papier gewinnt. Das heißt, ich geh rechts. Dann geh ich links. Oh, mein Gott. Oh, no. Ich glaub, meines war richtig oder so. Ich glaub, meines ist richtig, Bruder. Oh, nein. Meins ist... Re... Oh, was hier liegen? Was liegt hier alles rum? Ich kann nicht aufstehen. Bro, ich... Ich fahr noch. Oder ich rutsche noch, eher gesagt. Wo bist du denn? Nein, sag nicht, du kommst jetzt... Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich... Meines war richtig. Ich glaub, deins war nicht so richtig. Hä? Aber was geht denn hier bei dir? Guck mal, hier sind so... Als wären hier so Leute so reingeflogen oder so. Die Armen, Alter. Ich will gar nicht wissen, wie viele diese Sachen von dem gekauft haben. So, also pass auf. Wir haben jetzt schon einfach mal eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs und sieben. Jetzt kommt einfach die achte und die neunte, Bro. Geh vor und erzähl mir von der. Okay, pass auf. Ich zeig jetzt mal ganz wie ein Profi jetzt hier die krasse verbotene... Ähm, ich seh ne riesenhohe Steinwand. Wie? Und noch ne Steinwand. Und noch ne Stein... Oh, mein Gott, da ist die. Was? Die sind hier einfach oben drauf gegangen. Die sind hier schon. Ja? Hä? Mann, schau dir das an, Alter, wie die hier auf dem Boden alle liegen. Äh, was ist denn das? Bro, guck... Hä? Was ist, geht so die ganze Wasserrutsche? Ne, nur am Anfang so. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Nicht stolpern hier, ne? Bro, bro, bro. Okay, lass Anlauf nehmen, okay? Wir nehmen Anlauf. Ganz weit. So. Ja, ich komme. Ey, bist hier nur ums Stolpern. Was machst du da? Ich komme. Du stolperst nur, du Stolper, Heini. So, drei, zwei, eins, und let's go. Okay, okay. Achtung, ich hoffe, rechts war überhaupt nicht. Wir sind über dem Gefängnis. Stimmt, was? Nein, wir werden eingesperrt im Gefängnis. Ich sehe nichts. Ich bin direkt neben dir. Bitte, 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 bitte. Oh mein Gott, bitte, 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 bitte. Rückenglatscher. Stark. Wo bist du? Ach, hier. Guck mal. Siehst du noch meinen Burger? Du hast ja noch deinen Burger an der Hand. Na klar. Der ist ja jetzt voll durchgeweicht. Der ist ja ekelhaft. Ja, und der ist trotzdem lecker. So, jetzt ein bisschen Whirlpool chillen, ne? Bist du bereit für die krasseste, verbotenste Wasserrutsche? Natürlich. Jemals sehen wir es nur können. Die kann nicht, ey, wenn die uns, die haut uns jetzt aus den Schuhen, ne? Die haut uns aus den Socken, ne? Oh mein Gott, wo? Was sind die denn? Nein. Sind die denn? Achtung, der Zug wird lockerleicht. Oh Gott, der Zug wird lockerleicht. Komm, geh schnell hier nach oben. Wohin nach oben? Guck mal nach oben. Oh mein Gott, nein. Lass uns mal ein paar Motorräder holen. Ey, aber wo willst du Motorräder finden? Keine Ahnung, bist doch irgendwie... Oh, das sind doch diese Dings. Es sind sogar zwei Stück, die hätte locker hingestellt, sonst hätten wir es ja ewig gebraucht, ne? Wow, warte, so. Yeah, okay, dann lass mal die Treppe hochflüsen. Wer zuerst oben ist, oder was? Ja, wer zuerst oben ist. Ey, das ist unfair. Ey, das Ding fährt gar nicht so hoch. Nein, das fliegt nur voll langsam nach oben. Ey. Ich glaube, ich habe den Trick, wenn du auf der Treppe quasi fährst, ne? Dann bist du ja quasi schneller oben, glaube ich. Stimmt. Ja. Dann probier du auf der Treppe zu fahren und ich fahre einfach so hoch. Ja, okay, warte. Ey, ich sehe dich. Warte, ich mache Boost jetzt hier. Wir sehen uns gleich auf jeden Fall. Ey, du bist echt schneller als ich. Ich habe es gerade so schneller geschafft, ne? Oh mein Gott. Okay, dann stellen wir mal ganz kurz hier unser cooles Gefährt ab. Oh. Ja. Oh. Nein. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Nein, man ist es runtergefallen. Boah, ich habe noch ein fliegendes. Ey, bremst auf jeden Fall mit dem Teil, ne? Ja, warte, 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 so. Und tschu. Ganz vorsichtig. Nein. Was? 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 Okay, das Motorrad brauchen wir hier eh nicht mehr. Verdammt, Bruder. Also entweder gehen wir jetzt zurück oder müssen wir jetzt hier rüber gehen, ne? Wir gehen hier rüber ohne, ey, ohne Waffe zielen. Ja, okay. Okay, ohne Waffe zielen. Ich habe keine Waffe in der Hand. Ich weiß nicht, was du meinst. Wenn du runterfällst, dann gibst du ein Essen aus. Oh, okay, 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 okay. Ich fall nicht runter. Aber es sieht aus, als ob wir easy ass. Was denkst du? Müssen wir jetzt in die linke oder in die rechte rein? Ich kann gerade nicht da vorne gucken. Guck mal, ich gucke. Gar nichts passiert. Da sehe ich dich ganz klein. Das dauert so Ewigkeiten, bis du wieder oben bist, ne? Ey, das war locker drei Stunden, habe ich gebraucht, um wieder hier hochzukommen. Ja, okay, dann gehen wir links oder gehen wir rechts? Ich weiß es noch nicht. Oh, links ist wieder so. Wir sind immer links die Risky Friskys. Links. Nein, das kann doch nicht sein. Alter, ich kann nicht mehr. Guck mal, wie alt ich schon mittlerweile geworden bin. Ganz schön alt. Gehst du jetzt links oder? Ich glaube, wir müssen rechts, oder? Ich weiß es nicht. Okay, ich komme auch. Ich gehe links. Ich komme auch links. Bro, du hast dich mitgenommen. Oh, ich habe dich mitgenommen. Du machst so die Bestes. Ich hoffe, links ist richtig. Oh, oh. Oh, oh. Vorsichtig. Oh, oh. Vorsichtig. 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 Ganz vorsichtig. Das sieht gar nicht gut aus hier. Wo bist du denn? Du bist hinter mir noch, ne? Nein. 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 Nein, da geht es noch weiter. Wie? Ich glaube, wir haben die falsche. Oh mein Gott, nein. Das ist... Au, 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 au. Ganz vorsichtig jetzt hier rüber gehen, ne? Dann gehen wir jetzt zur rechten. Ich kann das nicht sehen. Oh, oh. Let's go. Oh mein Gott. Okay, ich glaube, die rechte... Oh nein. Wir müssen jumpen. Wir jumpen jetzt, ne? Oh. Oh, wow. Ich fliege zu weit. Das kann doch nicht sein. Ich bin der Link drin. Ich geh rein in die Wasserrutsche. Also, ja, die linke ist... Die rechte ist richtig. Die rechte ist richtig. Okay, ich komm. Weiter versuch jetzt hier. Bitte. Ja. Nein. Ja. Doch, doch, doch. Das sieht gut aus. Ja, ich bin drin. Okay, ich bin drin. Alles entspannt, Bro. Ich warte auf dich unten im Wasser, ja? Unten im Wasser, ja. Okay, gut. Ich bin auf dem Weg jetzt hier. Aha. So, Alter. Frank, dem bricht sich ja jeden Wirbel, Alter, wie das aussieht. So, Leute, vorsichtig. Oh. Hey. Wow. Alt. Welches Wasser denn? Hä? Komm runter. Welches Wasser? Das sieht. Wo ist das Wasser? Ey, na? Nein. Nein, wo bist du? War angenehm, ne? Ich bin hier unten. Nein. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mein Franklin steht ihm auf. Guck mal, wie er aussieht. Das war's mit meinem Franklin. Ich kann keine Wasserrutsche mehr rutschen. Ich will auch keine Wasserrutsche mehr. Das war's auf jeden Fall gewesen, meine Freunde. Wenn ihr von mehr so möchtet, lasst euch gerne ein Like und ein Abo da. Checkt unbedingt die beiden News hier aus. Haut da rein. Bis morgen. Ciao, ciao.